Hallo Beim letzten Mal haben wir uns das Dorf zu Ende angeschaut Aber nicht den Teleporter aktiviert Nee Wir brauchen keinen Teleporter Teleporter, Teleschmorter Ja, wer braucht den Müll Das ist neumodisch Ich hasse Portale Aber ich denke gerne in Portalen Ja, ich bin auch endlich im dritten Teil Aber da muss ich dich wieder durchtragen Wollte ich gerade sagen, aber der Spruch ist aus Switcher 3 Hat Mogi Portale eigentlich inzwischen gespielt? Nein, natürlich nicht Oh, er träumt von Marin Aber wer tut das nicht? Der sieht übrigens ähnlich aus wie ich Keine Haare Fett Riesige Zähne Riecht nach Fisch Hä? Verkauft dich nicht unterwert, Mogi Er hat keinen Bart, hallo? Dann sieht der aus wie ich Der hat sicher ein Schnurrbart-Haar Du hast nen Hegel-Frau Maeve, du hast Haare Das stimmt Ich glaube, Fuli wurde er holt Oder auf die Polizei Ja Ende hoch Scheiße, die Bullen Sag mal, bist du vor der Straße zugeschaltet, Fuli? Wolltest du Gebärsagen? Ja, was? Dachte ich mir schon Aber ich weiß nicht Ein Geheimnis Hier ist ne Menge Hier ist ne Menge Feuerwehr gerade vorbeigefahren Hier brauchen wir Bombenpfeile Hast du Bomben? Ich hab keine Pfeile Warum passiert das bei mir so oft, dass Feuerwehr hier vorbeifährt? Bei mir? Ich mein vermute, ne, als du es grad gesagt hast, ist mir aufgefallen, wie viel mehr ich das Feuer jetzt immer hab als früher Wahrscheinlich ist hier einfach irgendwo ne Wache, von der ich nicht weiß Wow Das war unfair Also ich weiß, dass hier ne Wache in der Nähe ist Ähm Aber Die fahren halt Was fragst du denn so blöd? Ne, die fahren halt in die Richtung der Wache Aber mit Sirene gibt das ja nicht wirklich Sinn, oder? Die müssen ja davon wegfahren Vorsicht schnell, wir müssen wieder zurück Wenn sie zu der Wache hinfahren, dann können sie ja auch von der Wache wegfahren Aus dem Weg, wir müssen nach Hause Ja, aber ich seh halt die Feuerwehren nie von der Wache wegfahren mit Sirenen Sondern immer nur in die Richtung, wo die Wache ist Hm, die brauchen Verstärkung Wir müssen Marien holen Nein, wir müssen Papal was zum Essen geben Es gibt öfter mal Gründe für Ja, das kann man auch machen Brandstiftung ist öfter mal ausgelöst von Feuerwehrmännern selber, die halt was zu tun haben wollen Und ähm, also statistisch kommt das wohl vor Hm, okay Ich wollt grad sagen Was ist das jetzt gerade für ne komische Unterstellung Also Johnny Ich wollt's eben nicht unterstellen Ich hab nur davon gehört Johnny, du erzählst jetzt komische Sachen Wieso, macht das nicht Sinn? Dass jemand sich so denkt, boah Nein Das klingt nach irgendeinem ähm Super-Villäner-Siegner-Geschichte Oh, mir war's so langweilig Also hab ich einfach selber Feuer gemacht Viele Brennende werden von freiwilligen Feuerwehrmännern oder so gelegt Das könnte auch ne Schlagzeile gewesen sein, auf die ich reingefallen bin Das ist jetzt nicht meine War das der Posteljong? Ich hab nicht selber rausgefunden Es klingt an sich jetzt erstmal wie sowas, was man irgendwie äh Was so unterschwellige, ganz unauffällige Propaganda von irgendeiner Website ist Das stimmt Wusstest du schon Feuerwehrmänner übrigens, die machen das übrigens Oder diese Personengruppe wusste, dass die eigentlich echt fürchterlich sind Ne, 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 es geht ja nicht um das Feuerwehrmänner das machen Sondern das, wenn ein Brandstück ist, ist er selber auch noch Feuerwehrmännern ist Der Windfisch ruht sanft in seinem Ei, hast du das schon gehört? Auf dem Berg Beim Klang der Artenmusikinstrumente der Sirenen wird er jedoch aufwachen Habt ihr auch schon mal Samts an eurem Ei geriebt? Ja, du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund Nur so, hu 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 Danke Bitte Wenn ich mit der Eule befreundet bin, worüber reden wir überhaupt dann? Es klingt ein bisschen wie diese Geschichte von wegen Oh, wusstet ihr, dass ihr im Leben sechs Spinnen im Schlaf verschluckt? Ja, das ist superschön Das mit dem Spinnen im Schlaf verschluckt, das stimmt nicht mal Ja, deswegen, dass diese Geschichte wurde genau so Ja Äh, tatsächlich genutzt, um zu beweisen, dass man, dass sich sowas übelst schnell verbreiten kann Äh, weil Leute das halt nicht hinterfragen und es klingt halt irgendwo plausibel Oh ja, das könnte sein Ich fand das klang gar nicht plausibel Und dabei war die Geschichte, naja, es soll einen halt schockieren, aber es ist so schockierend Und gleichzeitig nicht komplett unmöglich, also dass du dir so denkst Für eine lange Zeit dachte ich mir, ja, das wird wohl schon so stimmen Ja, ja, genau Was? Ich dachte mir, das ist halt ein Thema, was ich halt, wo ich mir dachte, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen Aber ich hab mir auch nicht die Mühe gemacht, da weiter zu recherchieren, weil es war mir im Endeffekt egal Genau Das ist nicht wahr Es wurde sich ausgedacht, genau um zu zeigen Um genau so ein Phänomen zu zeigen Niemand nimmt mich in meinem Mitternachtssnack weg, ja Dich mein Nachtwahl Dich mein Nachtwahl Das ist nicht wahr und ich hab mich schon drei Spinnen gegönnt in meinem Leben Die nächste Mal wollte ich dann Wollte ich dann demnächst essen Katzen essen bestimmt ein paar mehr Spinnen Ja, aber bestimmt auch nicht so gerne Ich weiß es nicht, Katzen essen ziemlich oft Insekten Aber was sind Spinnen? Ja, ich mein... Ja, okay Ja Aber... Ja 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 Ich hab mich verlaufen, wie ich gesagt hab Jetzt bin ich so erledigt Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen, hast du fickt was Essbares für mich? Ja Diesmal schön Mh, diese andere sieht ja lecker aus, ich muss sie gleich essen Oh, der schlampamp die richtig rein Mh Lecker, ich geb dir für ein Hibiskus Jo Für die Ziege Guckt ihn euch an Wir sollten den Hibiskus flau ihn nehmen Er ist wie ein Specht Mit seiner spitzen Nase Ich fühl mich wie neu geboren Vorsicht vor dem Saft, der ist ein bisschen ätzend Dank für's Essen, Lönk, du bist mein Retter Bis jetzt bist du zu der Familie zurück, oder? Einfach mal eine Ananas vertilgen Naja, bleib jetzt hier Ist das die nächste Herausforderung, wir müssen eine Ananas einfach so vertilgen? Boah, ich hatte starke Ananas-Phase in meinem Leben Du hast mit allem schon Phasen Nicht mit allem, aber ausgewildete Dinge Glaubt ihr, er ist grade in der Schwärzphase Mit Essen? Ja Meistens weiß er es erst, nachdem die Phase vorbei ist Aber in dem verkünden wir glaub ich doch rausgehen In einem halben Jahr wird er sagen Oh, wisst du doch, als ich die Schwippsphase hatte Da hab ich mir so auf den Magen verdorben Eigentlich hörte ich das richtig scheiße Ich konnte einfach nicht aufhören Ist da einfach nur Unterstellungen an dem Punkt Habe ich Unrecht? Du musst manchmal einfach der Wahrheit ins Auge blicken Dann sag ich, das ist erst zwei Monate her Und dann sagst du, nein, das sind mindestens sechs Und dann finden wir raus, dass es vier waren Er sagt Mogi, es ist doch schon zwei Jahre her Dann sag ich, Fully Du liest grade mein Testament, ich bin schon lange tot Du musst es gehen lassen Aber... Aber du standest eben doch noch neben mir Fully, sind diese Buben, mit denen du jeden Montag aufnimmst Sind die gerade unter uns? Ja, ich glaube schon Aber ich bin mir nicht sicher Fully verwaltet halt den Kanal auch schon seit drei Jahren Du meinst an dem Punkt, wo ich aufgehört habe, Videos für zu machen? Jaja, da war Fully ja dann am Schaden Oh, das sind Referenzen, die nur der, äh... Der wirklich der engagierteste Zuschauer versteht Ist das eine Herausforderung? Ich muss das jetzt rausfinden, wo war das? Oh, schau ich den Kaffee an Du, wir entzücken von dir Du hast ihm einen Hibiskus mitgebracht Gebracht Wenn du so einen Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun Sein Tier Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand des Zauberwaldes, bitte Will Wright? Dr. Wright, mein Freund, der Brief der Ziege Alter Wie funktioniert es eigentlich, dass Tiere Tiere, äh, Haustiere haben? Ja, das ist zum Beispiel Willst du es nicht sagen, dass Menschen Haustiere haben? In Animal Crossing gibst du mit Tieren auf einer Insel, die andere Tiere fangen und im Museum ausstellen Es gibt... Es gibt Situationen, in denen so etwas wie eine Haustierhaltung tatsächlich existiert unter Tieren Ähm, ich sag so etwas, weil es wäre so eine Art symbiotische Beziehung Aber sowas in der Art wie zum Beispiel Raben domestizieren bisschen mal Wölfe Oh Raben sind so fucking clever Ameisen, Ameisen halten sich auch, äh, so eine... Alle möglichen Kräne Na, die, äh, die heizen sie nicht, die pflegen sie nur Ja, aber also... Näppchen hinstellen und... Wo ist Marien überhaupt? Irgendwer reitet doch auf Schildkröten Hallo, wo hast du denn die Bar hingelassen? Hm, was ist mit dir geschehen? Das war Mario Es gibt zum Beispiel so eine richtig kleine Froschart Und die beschützt zum Beispiel, ähm... Spinnen, äh, Larven Von einer großen Vogelspinne Und dementsprechend passt die Vogelspinne für den Rest des Lebens dieses Frosches Trotzdem auf den Frosch auf Weil es halt die Larven, nicht die Larven, die Babys halt gerettet hat Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann Das klingt eher wie so eine Propaganda von irgendeiner Vogelspinnenbewegung Nein, nein, das ist echt so ein Ding Nein, nein, das ist voll... Das ist so ein ganz kleiner Frosch und so eine ganz große Spinne Das hab ich von dir selbst rausgefunden im Dschungel Ja, das... ich... 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 Oder die... Ich beobachte sowas immer Die Vögel, die die Zähne von Krokodilen putzen Ja, sowas zum Beispiel Das meine ich halt, also das sind nicht direkt Haustiere Aber es ist wahrscheinlich so das, was am nächsten rankommt Im Zoo gab es aber Fälle... Im Zoo gab es aber Fälle, wo, äh, Gorilla zum Beispiel auch Katzen gehalten haben Ja, 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 Menschenaffen gehen ja sowieso dann schon schnell Bei solchen Verhaltensmustern Jungs, geht los Was ist das? Ein Brief für mich? In unsere Richtung Das ist ja so toll Das ist ja toll Oh, und sie doch mit einem Foto Oh... Was? So ein random Google-Bilder-Ergebnis von Princess Peach zu Hm, sie ist ja so hübsch Warte, ich muss dir was für deine Mühe geben Moment Dieser Besen ist alles, was ich hab, wäre das in Ordnung? Ja, sicher Ja Dankbarkeit hast du von Dr. Red ein Besen erhalten, wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht Eigentlich ist sie ganz cute Ich hab's ja immer gesagt, Briefe schreiben lohnt sich Aber sie müssen ihn wirklich sich anlügen Das ist nicht okay Ja, das hat sie auch gar nicht nötig Nö Vielleicht ist er eher der Mr. Right für sie Oh... Ich weiß nicht Ja, er ist eher ein Doktor Da ist ein Pilz Nimm den ekelhaften Pilz mit Viele Menschen stehen nicht so auf Ziegen Stehe die auf Ziegen? Sie hat ihn einfach gecatfischt Ist nicht cool Das ist obwohl sie eine Ziege ist Sie ist eine Ziege Eine dumme Ziege Eine verlogene Ziege Eine Zicke Nein Sie ist eigentlich ganz nett Aber verlogen Ich glaub, Sicke Kommt Sicke nicht auch wirklich von Ziege? Ich weiß es gar nicht Kann ich sehr stark von ausgehen Nennt man nicht irgendwie die Die Kinder von Ziegen Sicke Ist auch immer so ein bisschen wie die Ziege Zicke 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 Dieses Zicke Zicke Kommt irgendwie auch aus Mach zum Moritz Ja 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 So, wir wissen noch nicht ganz wohin mit dem Besen Zicke ist laut Duden in der Gegenwartssprache Eine abwertende Tiermetapher Ähm Und zwar hat man doch die Hexe hier Vielleicht, vielleicht will die einen Besen Oh mein Gott Da bin ich mir wirklich nicht mehr sicher Aber wenn ich eine Hexe wäre, würde ich einen Besen haben wollen Da habe ich recht hässlicher Bänge Er meinte ich Fuli Na was? Ich habe nicht zugehört Na schon gut Das war eine Johnny Impression Habe ich das gut gemacht? Ich dachte kurz, dass Johnny mit dem Call ist Ich vermisse ihn auch ein bisschen Ach ja, wirst du noch als Johnny bei uns war Aber Jungs, Jungs, ich bin doch hier Manchmal ist es so, als ob ich seine Stimme höre Guten Zunge, Wespen Jungs Das ist ja Maeve Maeve war die Hexe Achso Ja, ich glaube sie mit dem Besen aber nicht Warum nicht? Nee, die ist eine Hexe Das heißt nicht, dass sie gleich ein Besen ist Haben wir schon was vorher angezündet bei ihr? Ja, ne? Bestimmt Ja Eventuell ist hier im Wald noch der andere Hexe unterwegs Da habe ich mich dunkel zu erinnern, aber Da kann ich mir auch einbilden Ich weine ich Zicke ist einfach nur ein anderes Wort für Ziege gewesen ursprünglich anscheinend Ja, okay Ich dachte, weil man Ich meine, man nennt die Kinder Zickeleins oder so und das wäre Zicke vielleicht, aber Aber das heißt einfach Ziegelein auch Wahrscheinlich Ja, okay, okay, okay Ich hab die Ziege mal Schnucki genannt Geislein Ein Geist ist doch ne kleine Ziege Ah Und was sind dann Geister? Der Wolf und die sieben Geislein oder wie hieß die Geschichte? Der Wolf und die sieben Geister Der Wolf und die sieben Geister Der Wolf und die sieben Geister Der Wolf und die sieben Weißen oder? Ne, wir können vielleicht später noch was finden, alles gut Du weißt wo Maren ist, oder? Ja, Maren Das ist jetzt direkt wieder umdrehen Stimmt Oh, ja Maren Sie am Strand? Ach ja, wegreden Müsste mal nicht jetzt am Strand sein Oh, dann kommt jetzt Ja Genau das Wo beredet ihr? Hat irgendwer von uns eigentlich ein Stuhl denn nicht quietscht? Ich meine, mein Stuhl quietscht nicht, denke ich Okay Beweise sagst du, wenn ich aufstehe Oder weißt du, wenn du drauf herumrutschst Ich meine, ich bin ja auf 24-7 auf dem drauf, ne? Außer wenn ich nicht auf dem drauf sitze Ja, aber dein Mikrofonarm ist auch seltsam laut Ja, das ist komisch, ne? Ist halt irgendwas mit Vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit bei dir einfach anders Das könnte sein, weil ich ja meine Wäsche auch Ja, genau Hier in dem einen Raum nur trocknen kann Nein, ich packe den nicht auf dem Balkon Ich finde das seltsam Du bräuchtest so ein Luft-Dings da oben da Diffuser Ich bräuchte das ein Trockner Diffuser Wie heißen die? Trockner Trockner, Babe Meinst du Luftbefeuchter? Ne, ein Das wär was Ein Lufttrockner Ein Luftentfeuchter Ja Hallo Ist das zum Schlafen oder ist das einfach nur ein Tipp? Ist das ein Bananenblatt? Nein, das ist ein Schatzraum Von der Bananenpalme? Ja, das bin ich Ja, das bin ich Hallo, ja, äh, ja, also Ja, hier ist das Bananenblatt von der Bananenpalme Kann ich Ihnen helfen? Uh Jetzt wird's gut Ach, Lenk Schön, dass du mich hier besuchen kommst Hallo Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Na gut Ich bleib noch ein bisschen hier Und schau in den Horizont In den Horizont? Haben wir's falsch gelesen? Ja, wir sind jetzt nur eine traurige Katze gekommen, ja Der ist gefährlich, der Affe Ich fände den Affen auch ziemlich cool Was hast du vor, Morgi? Ich muss ihn noch ein bisschen warten lassen Ey, das sind wirklich ein bisschen die Sounds Wie die Kokosnuss Wie lange genug warten lassen, jetzt kommen wir zurück Ist wichtig, wenn man mit Frauen zu tun hat Ja, ja, Morgi hat Bisschen, äh, bisschen Man darf nicht direkt die andere reinholen, versteht ihr? Mhm Bisschen warten lassen Setzen wir uns Generell einfach nach so bestimmten Mustern vorgehen Und nicht einfach ehrlich sein Oh ja, oh ja, oh ja Wenn ihr euch sieben Tage kennt, ist es noch nicht früh genug, um ihr zu schreiben Ganz wichtig, so handeln, als ob ihr einer Anleitung folgt Nein, der Anleitung folgen Oder so Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen Kokosnuss Aus dem Kokosnuss da rechts ist ein Da wächst halt die Palme raus So ein schrecklicher Eisbrecher Gott Taren sagt Das ist außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer Oh, das ist so nervig Aber da muss es etwas geben Voll viel Müll Als ich dich am Strand gefunden habe, Lönk Halt die Schnauze, Johnny War ich ganz außer mir Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten Süß Wenn ich eine Möwe wäre Oh nein Dann würde ich ganz weit fliegen Und für alle auf der Welt singen Ich frage mich Ich frage mich, ob der Winfelschmier diesen Wunsch erfüllen würde Nicht so Wenn ich eine Möwe wäre, ich hätte Angst Es sind keine Möwen Nein, aber ich als Möwe wurde von denen immer angekriegt Hallo Lönk Hörst du mir überhaupt zu? Hm 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 Ich heule Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst Du hast doch traurig Vergiss, was ich gesagt habe Das ist doch traurig Ich find's eher ganz romantisch Was? Ich soll mit dir zum Wahl ausgehen? Also gut Link will immer nur das Einer Jetzt gehen wir zum alten Müll Das ist die Gelegenheit Gelegenheit für was? Für was? Ich trage sie auf Händen Voll, geh mir, Maren Wir gehen jetzt zum fetten Walross Das hast du dazu gedichtet Und die Musik, dazu die coole Stelle Was nennst du mich überhaupt das Walross? Ja Warte, was? Ach, das ist ein gute Spiel Achso, achso Willst du vielleicht auch, dass du das Master Schwert noch nachher aus dem Stein zieht Das gibt's ja auch Master Schwert in dem Spiel Aber außerhalb des Traums halt Wie komm ich denn jetzt zum Zoodorf rüber? Nach da oben Warte Ja, du musst nach oben Nach oben? Ja, nach oben Vorsicht, Maren, böser Schleim Ein bisschen kühl hier oben Ja, du wirst ein bisschen viel über den Einsatz mit Säften Im Gegensatz zu Johnny, deren große Angst, deren Angst vor der Ananas lebt Etwas? Ich geb dir meinen Saft und wenn du dir, äh, wenn du mir meinen... Ich geb dir meinen Sprecher arbeitest du auch noch, Fully Ich geb dir meinen Saft, wenn du deinen Saft... Genauso machen wir's, Fully Bin dabei Ich hatte ein bisschen Ananas-Saft-Phase im Leben Die hatte auch eine Erklärung Aber sonst hab ich nicht viele Phasen mitessen Deine Phasen sind einfach nur gelogen Die Phase war einfach nur Fully, wie kommt man an das Herz unten ran? Dass ich mir, äh... Ah, du kannst tauchen später Ah ja, okay Das ist ein... Das ist ein... Ja, logisch Dass ich mir, äh... Dass ich gelesen hab, dass dann die eigenen Körperflüssigkeiten besser schmecken Und viel anderen das Saft zu sich nimmt Und dann? Da hab ich dann die Dating-Tipps gelesen Und dann hast du's probiert? Und nach Anleitung befolgt Ne, ich hab's nicht probiert Das ist ne gute Geschichte Tolle Geschichte Wenn ich ehrlich bin Ich fand die Geschichte auch nicht so gut Ne Ich sag ja nur, ich hatte ne Ananas-Phase Ich wünschte, ich hätte es nicht gewusst Wie blick den Apfels Ich sag's mal, so meine Phase Wenn ich die Kekse geholt hab, das hat sich über längere Zeit gezogen Dann sah es am Ende immer so aus? Da ist es ja, das Walross Sollen wir's aufwecken? Das ist die Ballade vom Windfisch Wunderschön Das Rhythmische stampft mit der Flosse Er ist so gut drauf Das waren die Beats Da ist aber jetzt jemand munter Der Rhythmus, bei dem das Walross mit muss Ich glaube, der will etwas von mir Vielleicht soll ich mitkommen Oh, diese Karnickel Oh, diese Karnickel Immer dasselbe Dann geh ich jetzt mit ihm nach Zodorf Komm da später auch mal vorbei, Lönk Oh, sie ist weg Wie wär's gut jetzt? Ich wollte sagen, das ist doch jetzt Das große Große Ja Total und weg von Marins Lied Vor allem der hier Das kleine Bärchen Komplett im Delirium Oh, wir mit den Füßen so Ja Achso, der liegt auf Oh Oh, Lönk Ich bin auch auf dem Zodorf Und zu singen Selbst hier lieben die Die Ballade vom Windfisch Was ist denn dein Lieblingslied? Gangnam Style NX Das kam auf dem nicht Wie kamst du jetzt darauf? Das kam so schnell Weißt du, Mario, ich mag K-Pop Nein, nicht das, was du jetzt denkst Ich mag den Gangnam Style Gangnam Style ist auch der Typ, der es gemacht hat Steht auch weit Und es steht auf meiner Was wurde eigentlich aus Liste Was wurde aus Psy? Ja Was wurde aus ihm? Keine Ahnung Was will ich noch nicht gemacht? Was willst du von mir? Hä, ich dachte, du hast schon eine Video Guck dir halt das Video an, Fuli Was ist los mit ihm? Fuli will es halt hochladen Wer wagt es auf dem Sand herumzulaufen Um meine Ruhe zu stören? Was ist denn damit? Ist das dein Sand oder was? Ja Alle dürfen im Sandkasten spielen Johnny, nein Yo Der hat Propeller Das ist eklig Das ist Brummer Mag ich nicht Und der feine Sand Und er ist aus Holz Oder so Oh, jetzt ist alles vorbei Die ist schon wieder Oh, die können auch die Bomben grabben Und dann daran verrecken, oder? Ja, warte Das will ich sehen Komm, wir zünden ein bisschen Nö Du hast die Schnauze Okay Oh, was? Das geht nicht? Nein, wir haben auf jeden Fall einen erwischt Ich meine, ist das nicht Allzu viel, wie wir hier waren Ja, das war War cool War keine komplette Enttäuschung Jo, Eulerich Die See bringt Wellen Der Schlaf bringt Träume Beide vergehen am Ende Die Schäume Schrei mich doch nicht so an, Statue Er ist ein Poké Oh ja Aber grün Und wir haben sie eben schon gesehen Aber irgendwie Der ist noch nicht ganz reif Oh, das erklärt's Ja, nein Warum läuft der schon rum? Der sollte warten, dass er reif ist Der ist noch in der Pubertät Yeah Im Gegensatz zu Christine Die ist deutlich überreif Okay Die ist reif für einen Mann Der mit beiden Beinen fest im Leben steht Und grüne Haare hat Wie ich Wirst du bei der Ziegeland oder was? Nö Aber ich steh auch nicht fest im Leben Was muss man hier machen? Vielleicht braucht man den Boden Hast du es mit Buddeln versucht? Vielleicht muss ich auch seinen Kopf an Einfach ein bisschen Schaden machen Na dann Man kann erstaunlich nahen Sand hier am Rand sieht so gut aus Der Rand-Sand Der Rand-Sand Der Sand-Rand Wurde bei euch auch feiner Sand So im Kindergarten als was Besonderes gehandelt Ja, ja Ich hab hier feinen Sand Feiner Sand Ja, auf jeden Fall Ich hab diesen Joke erst vor einem Jahr oder so verstanden Wirklich? Echt jetzt? Oh mein Gott, du dachtest es wäre So ein Witz Oh Ein Anti-Witz Ja Du siebst es mal So was wie Was ist rot oder schlecht wie die Zähne? Hm, Martin Rotosäure? Bugstein Nein, das ist nicht wirklich Das ist ja ziemlich eindeutig Okay Yes! Yeah Wem gehört die Wüste jetzt? Dir offensichtlich Der Schlüssel Nein! Oh, blöd A drücken müssen Scheinbar Oh ja, das war fast geschehen Oh ja, das ist ja nicht sogar für den Dungeon, den wir hinwollen Oh Mensch, das fügt sich ein Schleisen-Fisch Das ist ja ganz wundervoll, wie sich hier alles zusammenfühlt Wie so ein Action-Adventure, oder? Was wollte die jetzt von mir? Ich probiere schon mal für den nächsten Part Nein! Ist noch nicht so weit Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit Vielleicht sollte Johnny mal ein bisschen kürzere Videos machen, dann würden sie nicht alle corrupten Vielleicht sollten wir ein bisschen schneller, Mensch ärger dich nicht spielen und keine Stunde dafür brauchen Ich stand da im Feld vorm Sieg! Das kann man hier noch einblenden, das hat Maeve aufgenommen Halt die Schnauze, der Schlüssel hat die Form eines Fisches Ist mir aufgefallen Ja, dann frag doch nicht so doof Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen Und dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen Wow, kannst du vielleicht doch erklären, was ich hier im Dungeon noch alles machen muss? Und im ersten Raum musst du den Gegner in die Wand schlagen, um ihn zu besiegen Uhu! Uhu! Daraufhin wirst du einen Schlüssel bekommen Was ist denn damit eine der Türen? Ich nehme die rechte Türe, die ist einfacher Eigentlich haben wir ja Fully dabei, der das ganze Zeit sagt Kannst du ab jetzt einfach in dieser Stimme reden, wenn du, wenn du wirklich in Games bist, dann musst du immer in der Stimme sagen Dann musst du mal anfangen mit Uhu! 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 Geh immer durch die Tür, da Genau das, richtig Ich muss sagen, an der Stelle kamen wir jetzt unglaublich gut voran Denn ich weiß, dass genau dieser Punkt des Spiels oftmals der ist, wo ich mich dann für viele Stunden verirrt habe Ja, ich glaube, ich habe mich da auch eine Weile verirrt Ja Ist das hier einfach das Tal-Tal? Ja Ja, ist ein Tal Und weißt du, wer hier verschwunden ist? Pal-Pal Pal-Pal, nein! Ja, ja Wo meinst du, P-Pal? Wir hatten ja vorhin schon, oder? Ja Ich hatte die Realisierung, dass P-Pal, also dass das Pal einfach, dass Pal ist wie Freund Ja Das habe ich voll spät erst gesagt Tatsächlich ist es nicht die europäische Bildschirmnorm Warum nicht? Das fände ich auch besser Nein, jetzt ist es einfach nicht so So, wie komme ich da ran? Schwimmen Kann ich schwimmen? Ja, dann hast du Pech gehabt Ja, du musst von oben da runter springen Du warst doch schon mal da oben Das hat die Eule doch gerade gesagt Nein, 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 er hat sich beschwert, willst du mir doch alles verraten? Jetzt weiß er einfach nicht weiter, jetzt hat er es davon Typisch 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 Streamer Tja Das ist halt wirklich, das ist einfach so viele Leute, die irgendeinen fucking Streamer so anschauen Ja, warum spielst du das Spiel, wenn du nicht sofort jede Antwort wissen willst? Ich weiß, ich weiß Oder auch, man hat eigentlich im Chat die Antwort schon stehen gehabt und man hat es halt nicht gelesen Ja, der Chat hat sich doch gewahrt, ja, sorry Ah, das finde ich meistens lustig, weil ich mir dann denke, ach shit Ja Wahrscheinlich haben die recht Oder sie verarschen mich, ich weiß es manchmal nicht Aber sie liegen einfach schlecht und greifen falsch Das ist ja auch lustig wenn man dann Es ist dann, wenn man sagt, warum habt ihr mich nicht gewahrt oder so, haben wir Ja, ja, ja Oh, ich hatte letztes auch bei Pokémon was Gutes und zwar, da war, ähm, Sache, dass in der Hauptstadt von Pokémon X Illumina City Ähm, ein paar Leute, oh ja, da kannst du auch ein Pokémon fangen, weil sie hatten so eine Erinnerung, dass meine Seitengasse irgendwie wilde Pokémon antreffen kann, keine Ahnung Bei dem da Müllton steht oder so, das geht vielleicht irgendwo, keine Ahnung Da hab ich da nachgeschaut, da hab ich das nirgendwo gefunden, keine Ahnung, da dachte ich mir, oh ja, okay, scheint wohl nicht zu gehen Und dann hat ein Kommentar geschrieben, so von wegen, äh, also bevor du sowas nachschaust, könntest du auch einfach mal im Poké-Wiki nachschlagen, ob das auch wirklich stimmt Könnte man Und ich dachte, oh mein Gott Alter, ich hab Refill gespielt Das macht ja echt viel Spaß Okay, ich sehe Tipps aus den Kommentaren, dann werde ich sie mal eben kurz fact checken, bevor ich nachschaue Nein, nein, einfach antworten und sagen, Saust Bist sauer Hui Ah, nice Ah, warte, das ist der falsche Weg Falsch ist alles gerade Na, ist nicht so falsch Oh Gott, es ist nämlich wieder da ran, pass auf, dieser Felsen hier Ich bin damals, als ich das Spiel, ähm, auf dem Gameboy gespielt hab Ich hatte halt davor auch nie in Zelda gespielt oder so Ich bin so oft hier versucht, äh, ich so oft versucht, hier links gegen den Felsen irgendwie zu springen Ich dachte mir, ja, vielleicht kann ich hier in der Luft verschieben Ich glaube, ich bin bestimmt zweimal Game Over gegangen, weil ich so oft, äh, immer wieder versucht hab Und das war ziemlich clever Ja Ja Dann würde ich sagen, oh, ich hätte vielleicht vorne, nein, Moment Schaut weg Ich hab die Augen zu Darf ich jetzt gehen? Ich hab's sogar geguckt Nein, da gab's nichts zu sehen Und dann würde ich sagen, wie das Ganze weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge von Links Awakening Guten Morgen Gute Nacht Bis nächstes Mal, tschüss Ciao 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 Ciao